Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Der Preis von XRP ist heute bei 53 Cent, wieder ein bisschen gestiegen hier. Der ganze Markt ist auch vorwiegend wieder im grünen Bereich. Ein voran Bitcoin Diamond mit knapp 7% nach oben. Und Bitcoin liegt bei 69.600, also auch wieder ein bisschen angestiegen. Hat den ganzen Markt mit nach oben gezogen. Einige Verlierer hier auch, teilweise Waves mit 27% im Minus. Aber gut, das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir schauen einmal rein, denn heute ist ein besonderer Tag. Heute hat XRP Geburtstag und wird somit 12 Jahre alt. Den Kanal mache ich hier mittlerweile seit knapp über 3 Jahren. Und ja, XRP gibt es halt schon eine ganze Stange länger. Insgesamt hoffe ich, dass die nächsten 12 Jahre genauso werden wie die vergangenen 12 Jahre. Nämlich sehr, sehr turbulent, aber eben auch auf eine positive Art und Weise. Denn es bleibt ja immer spannend. Also es gibt ja keinen Tag, an dem nichts passiert. Keinen Tag, an dem man hier mal nichts zu berichten hätte. Und ja, ich glaube einfach, die letzten 12 Jahre waren sehr, sehr spannend aus der Perspektive, dass diese Foundation quasi die Grundlage gelegt wurde, der Grundstein für XRP. Und jetzt bin ich eben gespannt, was die nächsten 12 Jahre mit sich bringen. Wie weit XRP wachsen wird, was da die verschiedensten Faktoren und Katalysatoren sind. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Von daher, schreibt gerne mal in die Kommentare, Happy Birthday XRP. Dann freut sich nicht nur XRP, sondern eben auch der Algorithmus von meinem Video hier. Und ja, wir schauen mal direkt in die richtigen News rein. Denn wir haben hier den guten Yassin, eine sehr bekannte Person aus dem XRP Space. Und sie äußert sich hier einmal zum Thema Ripple und dem Aufkaufen von Standard Custody. Denn aktuell möchte Ripple ja Standard Custody so übernehmen. Das Ganze liegt den zuständigen Behörden gerade vor. Und sie müssen jetzt entscheiden, ob das Ganze rechtens ist. Ich glaube, da wird es wenig Diskrepanz geben. Ich glaube, das wird kein Problem sein. Und das Ganze wird jetzt innerhalb von ein bis zwei Wochen entschieden. Und wahrscheinlich dann auch quasi durch sein von dem Ding her. Auf der anderen Seite ist ja noch die Firma Polisign ein Begriff. Ich hoffe, ihr kennt sie alle noch. Denn Standard Custody und Polisign arbeiteten ja in der Vergangenheit bereits sehr zusammen. Dann ist Polisign insolvent gegangen. Und jetzt ist eben die Frage, wie Ripple in Zukunft mit Polisign verfahren möchte. Möchten sie sie vielleicht auch aufkaufen? Haben sie die Kapazitäten dazu? Beziehungsweise wollen sie sich das jetzt auch noch auf den Rücken binden? Oder sagt man vielleicht eher, okay, die Firma wird von jemand anderem übernommen? Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass der ehemalige CEO von Polisign, Jack McDonald, jetzt in Zukunft bei Ripple als Head of Institutional Custody arbeiten wird. Das heißt, der geht von Polisign zu Ripple. Und Ripple hat ja Standard Custody aufgekauft. Also es macht auf jeden Fall schon Sinn. Auf der anderen Seite möchte Ripple jetzt nach diesen ein bis zwei Wochen zusammen mit Polisign eine Meldung rausgeben, ein Statement rausgeben, wie sie in Zukunft weiter verfahren werden, wie sie in Zukunft weiter zusammenarbeiten werden. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich denke, das wird dann ganz gut werden. Und es gibt ein weiteres Gerücht, was aber jetzt zumindest nicht aus einer vertrauenswürdigen Quelle aus meiner Erfahrung nach kommt. Und zwar, dass Ripple sich aktuell bereit macht für ein Settlement. Soll heißen, dass jetzt in Zukunft das Beilegen der Klage ansteht. Wäre natürlich schön. Ich würde mich definitiv freuen. Aber diese Gerüchte gab es natürlich in der Vergangenheit schon sehr, sehr häufig. Und ich sehe jetzt keinen besonderen Grund, warum es diesmal da etwas Besonderes oder anderes sein sollte. Auf der anderen Seite bin ich aber immer offen dafür. Und lasst mich gerne mal wissen, was ihr dazu sagt. Ob ihr davon ausgeht, dass das Ganze gut wird hier oder ob das einfach jetzt so ein Gerücht ist und bleibt. Dann geht es weiter von Jack the Ripple. Und zwar hier mit ein paar Chartanalysen. Das Dreieck, was seit 2021 sich bildet. Da haben wir hier den Anstieg damals gehabt auf 1,90. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch. Finde ich auch manchmal ganz lustig, sich die Videos noch von diesen Tagen dann anzuschauen. Also hier Anfang, Mitte 2021 findet ihr natürlich auch auf meinem Kanal die Videos, wo XRP dann bei 1,90 war. Ordentlicher Anstieg damals. Und seitdem sind wir ja mittlerweile wieder ein bisschen konsolidiert hier. Liegen heute bei 55 Cent. Beim Zeitpunkt der Grafik eben hier bei 52 Cent. Und möglicher Ausbruch könnte hier eben erfolgen. Bis 2025 wird es wahrscheinlich nicht mehr dauern. Zumindest hier laut der Chartanalyse. Könnt ihr mir aber auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Ob das Ganze für euch eine realistische Einschätzung ist. Genauso wie hier zum Thema Bitcoin, Bitcoin Halving und wie es danach dann halt eben performen wird. Die meisten Leute gehen hier von einem Anstieg auf ungefähr 150.000 aus. Gerade liegen wir ja bei so 69.000. Das heißt, da wäre dann auch wahrscheinlich knapp ein 3x drin. Würde ich auch begrüßen. Es kann aber natürlich sein, dass das bei Bitcoin noch bis 2025 dauert. Da muss man ganz realistisch sein. Wenn dann aber einmal der Bullrun startet, ich glaube, dann startet er aber auch richtig. Dann geht es weiter und zwar kurz zum Aktienmarkt. Denn da haben wir hier ARK Invest. Das ist ja die Firma von Kathy Woods. Auch ein bekennender Bitcoin-Fan. Und hier haben wir die Meldung, dass sie jetzt leider eine Milliarde Dollar verpasst hat quasi. Also nicht gemacht hat, weil sie ihre Nvidia-Aktien zu früh verkauft hat. Und ja, da sage ich auch, schade. Hätte man ja lieber mitnehmen wollen, die eine Milliarde. Aber ganz ehrlich, ich kann niemandem einen Vorwurf machen, der Gewinne mitnimmt und vielleicht sogar schon alles verkauft. Weil wer hätte wissen können, dass Nvidia jetzt noch so einen Sprung, so einen Hype da erfährt. Also wie soll man das im Vorhinein wissen? Sich dann nachträglich darüber lustig zu machen, finde ich immer so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht. So, haha, du hättest jetzt reich sein können. Beziehungsweise, die sind ja alle reich, diese Leute, ne. Wenn die da Milliarden investieren, ich glaube, dann geht es denen auf jeden Fall finanziell nicht schlecht. Aber, ja, sie hätten halt noch mehr Geld machen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man da jetzt so kritisch sein sollte. Zumindest sagt Eger Krypto dann dazu. Dass alle Nubis natürlich auch immer schon schnell verkaufen wollen. Die machen gefühlt 5% und verkaufen dann alles. Ja, ne, kann man auch ein bisschen kritisieren. Aber ich sage mal so, lieber Gewinne mitnehmen und realisieren, als die Person sein, die zu lange hält. Und wo der Coin dann eben wieder nach unten fällt. Und apropos Aktien, wir haben die lebende Legende Roaring Kitty wieder mit dabei. Denn das ist ja die Person, die damals den GameStop-Hype entfacht hat. Und aktuell ist diese Person hier wieder da. Sie hat angekündigt, dass sie nochmal im großen Stil GameStop-Aktien kaufen möchte. Und der Preis von GameStop ist heute allein schon um 80% gestiegen. Ist zwar keine Kryptowährung, ist zwar Aktie. Aber ich wollte nur mal sagen, so interessante Memes passieren dann da wieder am Markt. Und kann man wieder genauso hier sehen. Er ist zurück. Alle Leute sind wieder gehypt. Und sofort ist GME, also GameStop, wieder im Hype. Dann hatte ich ja gestern die ganzen Transaktionen aufgeschlüsselt, die von Ripple mutmaßlich waren. Also von Ripple irgendwo anders hingegangen sind. Wie viele XRP in den Escrow gesperrt wurden, das weiß man leider aktuell noch nicht. Aber wir haben hier eine Transaktion, die von Binance an eine unbekannte Wallet ging. Und zwar in Summe hier 51 Millionen XRP, also 26 Millionen Dollar. Das ist mit Sicherheit keine kleine Summe. Und was dahinter steckt, ist leider noch nicht veröffentlicht worden. Aber ich denke nicht, dass das irgendwie jetzt ein Privatinvestor ist. Einfach weil diese Summe dafür auch zu groß ist und auch alles in einem transferiert wurde. Also ja, da könnt ihr gerne mal eure Meinung zu schreiben. Aber mein Best Guess ist da immer, dass das halt Firmen sind, die halt XRP kaufen. Aktuell auch natürlich bei günstigen Preisen, um einfach in Zukunft da schon eine gute Position zu haben. Aber es dürfen ja nicht alle Firmen Krypto kaufen. Nicht alle Firmen dürfen das einfach in ihren Balance-Cheat mit aufnehmen. Sondern da muss man dann teilweise schon sehr, sehr hohe Regulationen erfüllen. Dann geht es weiter von Shad Steingraber. Und zwar zum Thema Root Network. Das Root Network ist ein NFT-basiertes Netzwerk, das eben auch auf dem XRP Ledger aufgesetzt wird. Und hat auch einen eigenen nativen Token, nämlich den Root Token. Und beim ganzen Video, könnt ihr euch vielleicht nochmal hier dran erinnern, das Futureverse. Sie haben hier so ein schönes Logo. Das Ganze war damals schon im Juli 2023. Also jetzt knapp vor einem Jahr. Und da haben sie insgesamt 55 Millionen Dollar eingesammelt. Ripple eben auch damals Geld gespendet. Oder was heißt gespendet? Investiert, natürlich. Und mittlerweile kann man ein paar andere Partner sehen. Und einige Leute, auch Shad Steingraber, schreiben hier, so langsam verstehe ich, wie groß eigentlich diese ganze Partnerschaft mit dem Futureverse ist. Denn hier sind mal die gesamten Firmen im Ökosystem mit dabei. Auf der einen Seite sehen wir hier oben schon Warner Bros. Also ja, schon ein Riesenname. FIFA, mit Sicherheit auch ein super großer Name. Und ja, dann nochmal ein paar kleinere Sachen, wie zum Beispiel hier Warner Music Group. Das hat dann der Musikarm quasi, die Zweckstelle davon. Aber ja, das sind einfach schon wirklich sehr, sehr große Namen. Das macht man nicht mal eben so. Ripple fehlt hier logischerweise noch. Also die sehe ich jetzt zumindest hier nicht. Aber das sind halt wirklich alles sehr große Namen. Und XRP wird halt immer verwendet als Gas-Token. Also bei jeder Transaktion, die da passiert, muss XRP mindestens gehalten werden. Und halt dann eben auch für die Transaktion bezahlt werden. Dann geht es weiter von Phil Kwok. Und er hat hier ein Bild mit dem guten Brad Garlinghouse, dem CEO von Ripple, gemacht. Sie feiern 134.000 Entwickler, die auf dem XRP Ledger insgesamt gebaut haben. Also wahrscheinlich jetzt overall. Und zusammen mit Brad Garlinghouse chillt er hier auf der Konsensus 2024. Und freut sich schon auf das Amsterdam-Event, was jetzt auch sehr bald stattfinden wird. Und sagt dann hier Apex. Und hat dann hier ein schönes Bild mit Brad Garlinghouse. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. On Ledger steppt natürlich direkt rein und sagt dann hier, oh ja, wo kommen denn diese 134.000 Building-Leute her? Natürlich muss man das jetzt nicht so eng sehen. Also wenn er sagt 134.000, dann meint er jetzt nicht 134.000 Entwickler, die alle in ihrem Büro sitzen und daran entwickeln. Sondern das wird offensichtlich eine Zahl sein, was aus deren App als Metrik gemessen wird. Wo man sagen kann, das sind alle Leute, die schon mal quasi eine Zeile Code geschrieben haben. So in der Richtung. Ja, kann man jetzt sagen, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen oder sowas halt. Aber es zeigt ja schon einen gewissen Trend. Und es sind auf jeden Fall nicht nur drei Leute, die sich für den XRP Ledger interessieren. Dann geht es weiter und zwar von Vandal. Denn er hat hier eine ziemlich einfache Rechnung, die auf den ersten Blick auch schlüssig wirkt. Aber da wollte ich eine kleine Korrektur einbringen. In der Hoffnung, dass er das vielleicht auch sieht oder dass man das vielleicht auch hier nochmal teilen kann. Denn er sagt hier, eine einfache Rechnung, wenn wir zum Beispiel eine Quadrillion Dollar haben, also one quadrillion dollars, zehn Trillion. Und davon ein Prozent Geldvolumen nehmen. Und das fließt dann über den XRP Ledger. Sagt dann hier, bei 100 Milliarden XRP sind das dann pro Token ungefähr 100 Dollar. Soll heißen, insgesamt 10 Trillion, insgesamt 100 Milliarden XRP. Man teilt also Geldanzahl durch Anzahl XRP und erhält dann 100 Dollar pro XRP als Preis. Und an sich macht das auf den ersten Blick auch definitiv Sinn. Nur, man darf nicht vergessen, die 100 Milliarden XRP sind ja nicht im Umlauf, sondern die Umlaufmenge ist ja viel, viel geringer. Also, wir haben ja einige Milliarden, die bei Ripple chillen. Wir haben einige Milliarden, die vielleicht auch verloren sind. Es gibt mit Sicherheit Leute, die haben irgendwie 100.000 oder 100 Millionen XRP auf einer Wallet gehabt und haben den Zugang verloren. Oder irgendeinen Entwickler, den es gar nicht mehr gibt. Vielleicht auch Leute, die einfach verstorben sind. Kann ja auch leider sein. Also, das sind ja alles Möglichkeiten. Wir haben also niemals 100 Milliarden XRP, die tatsächlich noch bewegt werden können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und in der Theorie muss man nicht schauen, wie viel Geld insgesamt darüber verschoben wird, über den Zeitraum von einem Jahr oder sowas. Sondern man muss das Ganze auf die Transaktionszeit pro XRP verwenden. In Relation dazu, wie viel Geld pro drei bis vier Sekunden verschoben werden soll. Heißt also, wenn ich jetzt theoretisch ein XRP hätte und der wäre 10 Milliarden wert, dann könnte ich natürlich mit diesem einen XRP alle Geldtransaktionen der Welt durchführen. Das ist mein Claim dazu. Wie gesagt, natürlich macht die Rechnung an sich Sinn, aber man muss halt schon sehen, dass die Settlement Time und auch die Anzahl an Geld, was pro Sekunde verschoben werden soll, damit reinzahlt. Dann geht es weiter und zwar mit einem kleinen XRP Ledger Automated Market Maker Update. Das sehen wir hier einmal. Der XRP Ledger Pool wächst stetig und hatten wir nicht noch vor ein paar Tagen diese Kritik, ach ja, das geht alles so langsam oder das geht gar nicht voran und so weiter. Ja, und hier hatten wir auf jeden Fall einen ordentlichen Spy, kann man sagen. Mittlerweile sind wir bei 10,2 Millionen XRP. Gesamtwert 5,3 Millionen Dollar und das ohne, dass der XRP Preis sich jetzt irgendwie positiv verändert hätte. Das heißt also, der Anstieg ist dann doch schon deutlich erkennbar und auch verschiedene Automated Market Maker Pools sind mit dabei. Der Automated Market Maker ist das Zentrum von allen DeFi, allen DeFi Trades auf dem XRP Ledger und deswegen bin ich hier sehr, sehr positiv gestimmt. Wenn wir 500 Pools erreichen und da sind wir gerade sehr, sehr knapp dran, dann haben wir bereits 25% von dem, was Uniswap hat und ja, wenn man jetzt überlegt, okay, Uniswap hat irgendwie 2000 Pools oder sowas, dann finde ich das wirklich schon sehr, sehr cool. Dann geht es noch weiter und zwar von CryptoEri mit Blockstars. Blockstars ist ein Podcast von David Schwartz und da sprechen sie jetzt hier vorab schon mal über den XRP Ledger Apex 2024. Sie hypen da ein bisschen, sagen dann hier, der neue Tokenisierungspartner Sonic ist auch mit dabei und ja, sprechen dann halt eben darüber, ob es einfach ist, Entwickler zu finden oder nicht beziehungsweise, dass aktuell noch weniger Leute diesen Schritt gehen und sich wirklich intensiv mit dem XRP Ledger befassen, einfach weil es auch so ja, neu ist und weil man sich da in neue Sachen reinfuchsen muss, aber auf der EVM-kompatiblen Sidechain kann man natürlich deutlich einfacher Entwickler finden, weil die ja alle Solidity machen. Und zum Schluss haben wir nochmal von Edo Farina hier einen kleinen Ausschnitt aus einem Dokument und zwar in Bezug auf XRP und Japan. Das fand ich sehr interessant, denn gerade Japan war eigentlich immer ein Land, das XRP sehr, sehr wohlgesonnen war, also extrem positiv, das aber aus meiner Sicht noch nicht so wirklich Aufmerksamkeit bekommen hat und das finden wir hier einmal in dem Paper A Study on Non-Performing Assets Cases and Cryptocurrency in Japan. Und dort finden wir eben, warum mag Japan XRP? Dann haben wir hier eine ganze Aufschlüsselung und natürlich ist einer der wichtigsten Punkte, dass es keine Security, also dass es keine Aktie ist in Japan und somit als eine digitale Währung, als ein Digital Asset gesehen wird. Das nochmal ganz klar zum regulatorischen Status quasi überall auf der Welt. Also nicht nur in Europa ist es nicht umstritten, dass XRP eine Security ist, sondern eigentlich überall auch, außer in den USA halt. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch einen Fun-Tweet, hier einmal von Rananja Singh und zwar, wenn du kaufst und es weiter dippt, also du kaufst und der Coin geht weiter nach unten oder du verkaufst und es wächst weiter. Das sind, ja, zwei Sorten des gleichen Schmerzes, obwohl wir natürlich hier unten die Situation haben, wie mit Nvidia, dass man halt zu früh verkauft hat. Ja, dann ist es halt so, aber Gewinne sind Gewinne. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein und bis dahin schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin Leute, ciao. Ciao.